Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinen Update News vom 13. Juli 2016. Ja, ich melde mich heute aus Epona bei euch. Wir haben eine Quest bei Professor Hayden, da geht es um seine Spinne Alberta. Die macht wohl ein bisschen Zicken und terrorisiert irgendwie den Professor. Ja, sie will wohl sogar beißen. Also, ja, da muss man dann wohl seine Spinnphobie überwinden und dem Professor zur Hilfe eilen. Schnell auf nach Epona zu Professor Hayden. Er steht an seinem Lager im Spiegelsumpf. Die Midsommerschatzsuche bei Felix in Silverglade geht noch weiter bis zum 10. August. Wer die Quest bei Steve, also die zu den Midsommervorbereitungen noch nicht gemacht hat, das geht noch bis zum 20. Juli. Also, wer das noch nicht hat, schnell zu Steve. Auch der verrückte Tim bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Er steht noch bis zum 10. August am Fort Pinter Strand. Dort können wir tägliche Aufgaben machen. Ja, am Strand können wir tanzen gehen. Und ein Rennen gibt es auch. Trotz Ankündigung konnte ich neue Kleidung zwar nicht entdecken, aber fürs Pferd gibt es zwei neue tolle Sets zu kaufen im Shopping Center. Passend dazu gibt es auch noch zwei neue Wickelgamaschen zu kaufen. Also, wenn ihr sowieso gerade schon in Fort Pinter oder im Shopping Center seid, geht doch mal die Treppe hoch und schaut auch noch nach Gamaschen. Wem das alles dann noch nicht reicht, der kann sich noch losmachen zum Jorvik-Stahl, zur Jorvik-Stahl Arena. Dort sind Eddie und Ferdinand nun mit ihrem Pferdemarkt. Hier gibt es wieder die Quest zu erledigen. Was mich allerdings ein bisschen irritiert gerade. War nicht angekündigt, dass hier die Friesen nun zu finden sind. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind oder keine Ahnung. Aber ich sehe hier keine alten Friesen stehen. Hm. Naja, warten wir es mal ab. Vielleicht kommen sie dann noch an anderer Stelle. Oder im Laufe der Erledigung des Pferdemarkts. Keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Ja, ihr Lieben. Das war's dann. Einiges zu tun die Woche. Ich bin gespannt auf die Quest mit Professor Heiden in Epona. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns und hören uns. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.